Bahn fahren wie vor 120 Jahren. Unter diesem Motto lud der Deutsche Eisenbahnverein aus Bruchhausen-Vilsen Anfang September zu sich ein. Mit den Dampfloks Hoja und Hermann sowie zahlreichen historisch bekleideten Personen wurde im passenden Umfeld um die Museumsbahn eine Zeitreise der anderen Art ermöglicht. Lok Hoja macht sich soeben mit dem ersten Personenzug des Tages auf den Weg nach Asendorf. Lok Hoja Schöne WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH meistert Lok Hermann die Steigung mit Bravour GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR In Heiligenberg kreuzt der Güterzug mit dem rückkehrenden Personenzug. Um den kleinen Bahnhof herrscht emsiges Treiben. GmbH im Auftrag des WDR 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 Auf der Kleinbahn Herr Strieger Betrieb. Lokuja kehrt mit dem nächsten Zug zurück. Einige scheinen es allerdings etwas eiliger zu haben. Das ist doch so witzig! Ja bitte! Wenig später folgt ihr Lok Hermann mit dem zweiten Güterzug des Tages. Sie verlässt soeben Filzenort. Sie verlässt soeben Filzenort. Im Heiligenberg wird etwas rangiert. Auch Lokhoja kehrt aus Asendorf zurück. Annenberg wird der Kultus. Annenberg auf dem Kultus. Manche Siebenort. UNTERTITELUNG TITELUNG Doc Hermann erreicht mit dem Güterzug den Endpunkt der Strecke, Asendorf. Auch wir sind an dieser Stelle am Ende unseres Films angekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020